Die letzten Tage waren sehr stressig, es ging alles sehr, sehr schnell. Ich glaube, das Ganze wurde in zwei, drei Tagen abgewickelt. Jetzt bin ich sehr froh, dass es geklappt hat und dass ich hier bin und mit den Jungs Fußball spielen kann. Ich wurde sehr herzlich aufgenommen. Ich habe ja schon ein Trainingslager hinter mir im alten Verein. Das ist jetzt quasi mein zweites Trainingslager. Eigentlich ist es vielleicht umso besser, so lerne ich die Jungs noch besser kennen. Hier können wir auch gut Gas geben. Als Spieler würde ich mich eher technisch versiert nennen. Ich habe den Ball gerne am Fuß und ich bin, würde ich sagen, auch schnell. Dribbel stark, habe einen guten Abschluss und ich hoffe, dass ich das dann auch hier zeigen kann.